Du möchtest wissen, was der Unterschied zwischen permanentem und periodischem FIFO ist und wie man diese Verfahren anwendet? Nach diesem Video kennst du dich damit aus. Du willst ganz viele kostenlose Videos zu BWL und VWL? Dann komm auf studyflex.de Das First-In-First-Out, kurz FIFO-Verfahren, ist ein Verfahren der Kostenartenrechnung zur Werkstoffkostenerfassung. Wie der Name schon sagt, geht man beim FIFO-Verfahren davon aus, dass Lieferungen, die zuerst im Lager ankommen, dieses auch als erstes wieder verlassen. Man unterscheidet zwischen dem periodischen und dem permanenten FIFO-Verfahren. Beim periodischen findet die Bewertung erst am Ende der Periode statt, während beim permanenten FIFO die Wertermittlung direkt nach jedem Verbrauch, also während der Periode, erfolgt. Um die Verfahren verständlicher zu machen, erklären wir sie dir anhand eines Beispiels. Dazu betrachten wir die Simple GmbH, die Pizza und Pommes produziert. Zur Herstellung der Pommes benötigt sie Kartoffeln. Gehen wir von einem Anfangsbestand von 200 Kilogramm Kartoffeln aus, der zu einem Kilopreis von 2 Euro bewertet wurde. Am 01.02.2018 kam eine Lieferung mit 100 Kilogramm Kartoffeln zum Preis von 1 Euro pro Kilogramm an und am 01.05. eine weitere Lieferung von 150 Kilogramm zum Preis von 3 Euro pro Kilogramm. Abgänge fanden am 01.04. und am 01.07. in Höhe von 110 Kilogramm und 200 Kilogramm statt. Der Übersichtlichkeit halber halten wir die Infos in einer Tabelle fest. Mithilfe dieser Aufstellung soll nun der Materialverbrauch und der Endbestand bewertet werden. Als erstes bestimmen wir diese Werte über das periodische FIFO-Verfahren. Beim FIFO-Verfahren geht man ja generell immer davon aus, dass Lieferungen, die zuerst im Lager ankommen, dieses auch als erstes wieder verlassen. Das heißt logischerweise, dass der Endbestand aus der letzten Lieferung stammen muss. Denn wenn für die früheren Abgänge als erstes der Anfangsbestand bzw. die ersten Lieferungen verwendet werden, bleibt für den Endbestand quasi nur noch die letzte Lieferung übrig. In unserem Beispiel stammt der Endbestand nach dieser Logik also aus der Lieferung vom 01.05. Wir bewerten den Endbestand also mit 3 Euro und erhalten 140 mal 3 Euro gleich 420 Euro. Jetzt müssen wir nur noch den Materialverbrauch bewerten. Das geht mit folgender Formel. Materialkosten gleich bewerteter Anfangsbestand plus bewertete Zugänge abzüglich dem bewerteten Endbestand. In unserem Fall rechnen wir also 200 mal 2 Euro plus 100 mal 1 Euro plus 150 mal 3 Euro minus 420 Euro und erhalten somit Materialkosten in Höhe von 530 Euro. Wenn du wissen möchtest, wie du die einzelnen Abgänge jeweils bewerten musst, kannst du die 530 Euro einfach durch die gesamten Abgänge teilen. Also 530 Euro geteilt durch 310 Kilogramm gleich ungefähr 1,71 Euro pro Kilogramm. Das war's auch schon zum periodischen FIFO. Jetzt machen wir dasselbe nochmal, nur diesmal unter Anwendung des permanenten FIFO-Verfahrens. Bei diesem bewertet man die Abgänge immer direkt gemäß dem Prinzip, dass zuerst zugegangene Waren auch als allererstes verbraucht werden. Der erste Abgang vom 01.04.2018 stammt folglich aus dem Anfangsbestand. Dementsprechend erhalten wir einen Wert von 110 mal 2 Euro gleich 220 Euro. Der zweite Abgang stammt zum Teil aus dem Rest des Anfangsbestandes, zum Teil aus der ersten Lieferung und zum Teil aus der zweiten Lieferung. Der Endbestand kann somit auch nur noch aus der letzten Lieferung stammen und wird dementsprechend mit 3 Euro bewertet, wie auch schon beim periodischen FIFO. Um den Materialverbrauch insgesamt zu erhalten, kannst du jetzt einfach die einzelnen Werte addieren. Wir erhalten somit Materialkosten in Höhe von 220 Euro plus 310 Euro gleich 530 Euro. Auch dieser Endwert entspricht also wieder genau dem Ergebnis aus dem periodischen FIFO. Wie du siehst, unterscheiden sich die beiden Verfahren also nur in der Vorgehensweise. Die Endergebnisse sind bei beiden Methoden gleich. Dir hat das Video gefallen? Noch mehr kostenlose Videos gibt's auf studyflex.de Aber das ist auch unerwartete Werteig. Wir sehen uns auf den Film-System in Höhe von 410 Euro. Und dann das Video gefallen von 410 Euro. Wie du siehst, ist vielleicht nicht mehr? ministre wird es nicht mehr? Bis jetzt besser das Video gefallen.